Alter, wie schnell hatten die das bitte gerade an? Zack! Da ist ein Schweigerrad! Na der ist aber kacke! Äh! Äh! Der mit seinem Streugeschütz! Jaa dick, jaaaa! Ach man! Einer da, ehrlich! der e3 der try harder na ist der luft kann ich meine hand eigentlich ich habe dann kann man hände im spiel ändern oder muss man die app aber das geht ja muschi fressen ja den kenne ich auch aber das ist so ein mächtiger morbitalschlag ob das auf der karte ein bisschen op ich habe ihn noch mal garino ja ich will die kapsel ach da oben alter oh gott ich weiß nicht wo ich den orbitalschlag jetzt nicht gesetzt habe nichts geholt der orbitalschlag aber ist egal landet wieder hier mit seinem jetpack was ist denn das denn glitsch an hat digger ich hab den gerade einmal getroffen obwohl ich vorlaufen drauf war also ich glaube nicht nein da lag eine annäherungsbombe ich war schon weggesprungen aber das ding hat so eine krasse range ist ja klar nein ich bin stark war bin nein mein power up nein dankeschön ein r5 d4 dann ziehe ich hier und ich hole die kapsel was ist das ha meinte mal die donator oh mein droide auch noch wo ist er gelandet er sieht mich nicht digger aber der andere nein nein so knapp ach nee ich habe einen schuss mehr getroffen aus meiner salve also wenn ich so oft drauf schieße auf das schild geht es nicht kaputt aber wenn er einmal drauf schießt geht es kaputt ey das ist die frechheit streugeschütz geht durch schildfels schildfels aber was ist ach oh waffesüberhetzt pf Nein, wo ist er? Hallo? Oh, war das knapp. Leck mich am Sack. Schießt wieder. BABAAAAA Ja, das ist scheiße, dass ich keinen Dirtpack habe. Ich kann... Oh mein Gott, ja... Das tat weh, Alter. Nein! Du Pennerl! Ja, ich seh's. Ich hab ihn. Das ist sogar der Noob! Das ist der Triader, mein ich. Ich hab ihn aber. Hat er jetzt echt das King gewechselt? Nee, der ist die ganze Zeit schon, ja. Nee, aber jetzt ist er ein Scout Trooper. Ja, bevor war er... Nee, äh, okay... Nee, äh, okay... Ja, dann rede ich von dem anderen. Der ist ein anderer, das... Da ist ein Scout Trooper, spielt nämlich die E4. Ja, er hatte auch grad E4, hat aber wieder gewechselt auf E3 grade. Ich hab... Ich hab... Uhhh... Okay. Der muss auch denken, ich hacke... Digga, hast du's gesehen? Keiner... Ich hab Explosiv-Damage, ne, aber... Was zum Sass. Er ist schon ne zweite Kapsel, jetzt, ne? Wenn wir so lange hier an der E1 dran sind. Alter, das war Shishima. Ich feiere da aber ordentlich rein. Versucht es, ja. Oh! Ah, da war er gut geaimt, ey. Hab ich ihn bisschen unterschätzt. Ist er gestorben, oder...? Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch! WAH! OH MAN DU WIXXER! Orbital! Mh... Das wird spawnen. Das wird spawnen. Direkt nehmen wir es weiter. Das stimmt. Haben wir grad beide Kapseln bekommen? Ich hab nicht drauf geachtet. Jo. Mh... Mh... Wir müssen runtergehen. Das nicht. Ist nicht das? Der Dirk ist ungefähr Ihre Tieren. Da kann ich reproffen. aszink patternела... Ich fühle Cor.. Bist du ein Krizula, Junge? Möchtet er gern einen Triader? Ja, trifft es gut, ja. Einig einer. Auf dem Schiff. Ja, bin durchs. Super. Es geht sonst nix andersrum aus der Steuergestütze, oder? Mann, Mann, Mann! Was? Doch, Cycler-Gewer. Boah, Digga. Nein, Orbitale und ich steh mittendrin. So dumm! Spaß. Ist der Kick? Ich hab'n Double Kill mit dem Dingo, mit dem Cycler-Raver geholt. Äh, mit dem, mit der Puls-Kolone. Das ist stark. Pfff. Was der noch geht, das war auch stark. Ich bin der Erste, Junge, Digga. Ich hör' nur E-Fiege-Spray'er gerade. Ach, der Ershaun von der E-11 ist super geil. Ja. Kobe? Oh, schade. Steht doch nur einer. Komm her! Oh Gott, der Orbitale. Oh Gott, der Orbitale. Streich! Incoming! Ah, wie lange. Geblendet! Oh! Digga, die Blend-Garnade ist ja asozial. Ja, die ist... Stimmt. Ich kannte die nicht, Junge. Oh, da hinten. Kobe! Nein! Ich bin so laut! Ein Baucaster. Ja, vielleicht dann noch mal nach Tono kurz ins Menü. Ich müsste meinen Jet-Tag auswählen. Ja, kann ich nicht. Oder du, du kannst ja ganz schnell da wieder rein. Nein, schon. Digga, das muss ich klippen. Oh. Du musst du gleich sehen. Nein, 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 Efi, 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 Efi! Nein, 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 nein! Hau ab! Nein, du Wichser, du Pisskopf, alter! Digga, der Piss e4, mir alles hier zerstören. Ja, frisst das. Oh, ich habe ihn gar nicht gekillt. Ich habe auch einen killen. Digga. Mögest du wohl sterben? Ja, komm. Komm noch. Boah, schade. Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Granate! Ja! Alter. Ich seh schon wieder nichts. Die sind noch asozialer als die damals von Leia. Nein, lasst mich! Nein, die auch gesessen dran. In den Lauf! Ja! Coby! Oh mein Gott, das hat... Ja, wir sind schon so lange an, dass schon wieder eine zweite herausgekommen ist. Ja. Der zehnte Tod hätte nicht sein müssen. Egal Zizi, mach ne schöne Runde Zizi, der Typ ist rausgegangen, ne? Ist mir aufgefallen? Stimmt, aber ist mir nicht aufgefallen Krass Ich weiß, die Kapsel verteidigt neun Stück